Wie jeden Monat gibt es auch im April wieder die kostenlosen Playstation Plus Titel. Ab dem 7. April könnt ihr zwei Titel im Rahmen des Playstation Plus Abonnements gratis runterladen und spielen, solange ihr aktiver Abonnent seid. Dirt Rallye 2.0 fordert dich heraus. Steige in die leistungsstärksten Geländewagen aller Zeiten und beweise dich auf legendären Rallye-Strecken aus der ganzen Welt. Doch Vorsicht, schon der kleinste Fehler kann das Ende deiner Rallye bedeuten. Seit seinem letzten Abenteuer sind mehrere Jahre vergangen. Doch jetzt muss der ehemalige Schatzjäger Nathan Drake wieder in die Welt der Diebe zurückkehren. Aus Gründen, die persönlicher sind als je zuvor, reist Drake rund um den Globus, um die historische Verschwörung rund um einen sagenumwobenen Piratenschatz aufzudecken. Doch jeder Schatz hat seinen Preis. Das waren nun die Playstation Plus Titel für den April 2020. Und wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne ein Däumchen nach oben da, gerne auch ein Abo, wenn du möchtest. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017